Die Welt hat sich verändert, die Leute haben sich verändert, die Trends haben sich verändert. Wir wollen CO2-Armer vorausschritten. Mein Name ist Robin Scheiner, ich bin seit 12 Jahren bei der Glencore und führe da das Aluminiumgeschäft. Um Aluminium zu produzieren, braucht es extrem viel Strom. Somit kann man jede Tonne Aluminium, die gekreiert wird, unterteilen in grünes Aluminium oder nicht grünes Aluminium. Wenn der Strom, der gebraucht wird, von einer guten Quelle kommt, dann wird das als grünes Aluminium rubiziert. Wir spüren von unseren Konsumenten, dass grünes Aluminium immer wichtiger wird. Jede Industrie muss komplett revidiert und überdacht werden und wir werden einen essentiellen Teil spielen in diesen Zielen.